Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute stelle ich dir Blue, das nachhaltige Universalwaschmittel vor. Geliefert wird es in einer Kartonschachtel, welche in einem Biokunststoff eingepackt ist, welches aus Maisstärke besteht, welches sich innerhalb von 120 Tagen 100% kompostieren lässt. In einer Packung sind 60 Streifen, welche nach Alpenfrische duften. Eine Packung kostet 19 Franken 90, und wenn man 6 Packungen gleichzeitig kauft spart man 21%. Mit dem Code Plastik freisparst du dir zusätzlich 10% und unterstützt mich, dass ich weiterhin in Luzern am Siemüll sammeln kann. Das Waschmittel ist für alle Materialien geeignet und für eine Temperatur von 15 bis 95 Grad. Für leicht verschmutzte Kleider reicht ein Streifen pro Waschladung und bei stark verschmutzten Kleidern zwei Streifen. Ich wäre froh, wenn du mich abonnierst, damit ich meine Weiterbildung und Rechnungen bezahlen kann. 치fen Sie sich schon mit Ihnen. Ich bin heute in Luzern am 13.5 Uhr. Alles in die Spassion Geliebenszend. Wir messen euch alle Challenger, die St tours und die Spassion geliebenszende Baufslage Baufslage über das Video auf das Video. Ich bin heute im Aufmerksamkeit. Ich bin heute vermutlich mit einer Gesiänze gesehen, dass es die Spassion geliebenszende Baufslage im Klaube des Jahres. Ich bin heute in einem Spassion geliebenszende Baufslage, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020